Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearthlands. Und zwar sind wir ja noch in der Mission bzw. in der Kampagne. Okay, unsere Aufgabe ist es, wir müssen 48 Häuser bauen, 2 Bäcker und eine Population von 500 müssen wir erreichen. Dann gucken wir mal, was fehlt uns denn noch alles. Also wir haben auf jeden Fall schon mal hier unsere Holzfällerhütten. Dann benötigen wir hierher rüben noch, wo war das jetzt wieder? Oh, Marktplatz, der ist auch neu. Schauen wir mal hier rein, Kräuterwerkstatt, die war es, die wir noch benötigen. Kommt hierher. Und ich würde dann mal sagen, wir starten jetzt mal und lassen es zumindest mal langsam laufen. Was wir noch benötigen, ist einmal der Hausjera-Stand. Den bauen wir hier hin und die Apotheke bauen wir hier hin. So, dann machen wir das hier und das benötigen wir dort. Ja, wir haben eindeutig zu wenige Leute. Das sollte sich aber bald ändern. Ja. Also, alles ändern. Holz. Holz hier hin. Nahrungsmittel benötigen wir hier. Und zwar Brot. Und, machen wir hier Medizin auch noch mit dazu. Ja, weil ich schon sagen, Medizin. Dann können wir hier ein reines Lager für Getreide machen. Und für Mehl. Ja, das sollte passen. So, sehr gut. Unsere drei Ombres hier starten schon mal die Weizenproduktion. Okay, ich brauche zweimal diese Kräuterwerkstatt für jede zwei Apotheker. Ja, das ist ja klar. Also, einmal Kräuter für einmal Apotheke. Haben wir. So, dann müssen wir natürlich noch das Rathaus bauen. Rathaus. Und. Steuer. Müssen wir auch noch eins. Nehmen. Okay, passt. Und drei. Ich denke, das wird schon werden. Sind jetzt alle Gebäude besetzt? Ja, passt. Perfekt. 188 Einwohner. Jetzt müsste nur dann schon langsam mal hier Nahrung produziert werden. Ah, ich habe ja vergessen. Wir benötigen ja zur Medizinherstellung auch noch Holz. Ah, ja. Sind halt die Laufwege etwas weiter, aber ist auch okay. So. Sieben von acht. Wir können ja derweil schon mal die neuen Gebäude vorbereiten. So, Entschuldigung. Beziehungsweise den neuen Wege zumindest. Beziehungsweise den neuen Wege zumindest. Da müssen wir das Bäumchen hier noch entfernen. Und hier, da und, ups, und dort. Okay. Das wird unser neuer Distrikt werden. Nicht genug Arbeiter, jo, wissen wir. Der neue Handelsweg. Ich informiere Sie, dass der... ...Dunnerick, äh... Der Liebliche, hm? Aus Lengsketh möchte bei uns Medizin regelmäßig kaufen, mein Herr. Der neue Handelsweg ist eröffnet. Das ist schön. Unsere Stadt braucht mehr Arbeiter, ja. Hab ich mitbekommen. Sollte passieren, sobald unser wunderbarer Hausierer, wo ist denn der? Wahrscheinlich Nahrung hat. So, das ist Medizin. Ein neuer Handelsweg. Ich informiere Sie, dass... Lengsketh, der Rationale, aus Balcher, möchte bei uns, äh, Bier kaufen. Regelmäßig kaufen, mein Herr. Der neue Handelsweg ist eröffnet. Das ist schön. Okay. Äh, ich würde sagen, wir werden das jetzt mal etwas schneller machen. Ein neuer Handelsweg. Und zwar... ...Rodson the Musing. Der Lustige. Aus Beldo möchte er unsere Wurst regelmäßig verkaufen, mein Herr. Du machst bitte Bäume und Pilze. Ja, ist okay. Bäume mal weg. Du machst hier bitte nur Bäume. Oh, Kohle. Der Dunrick möchte uns Kohle regelmäßig verkaufen. Das ist sehr schön. Wir werden uns nämlich regelmäßig Kohle kaufen müssen. Denke ich mal. Was wir auf jeden Fall noch benötigen... Ui, was ist noch jetzt los? Möbel möchte er uns regelmäßig verkaufen. Aber ich denke nicht, dass wir regelmäßig Möbel von ihm kaufen möchten. Naja, hier haben wir Holz. Was wir noch benötigen, sind Straßensperren. Und zwar... Hier. Ne, das ist falsch. Ähm... Hier. Okay. Strasensperren. Einmal hier und einmal da. Nicht genug Arbeiter. Nicht genug Arbeiter. Ja. Das haben wir mittlerweile mitbekommen. Äh... Nockwick möchte uns Eisenerz regelmäßig verkaufen. Möchte bei uns regelmäßig Bier kaufen. Möbel. Okay. Haben wir jetzt eigentlich sowas wie eine Weltkarte schon? Zauberspruchforschung. Oh... Oh... Interessant. Da freue ich mich schon drauf. Ah, bald Karte hier. Achja. Sehr geil. Wo sind wir? Denke... Warte mal. Moment mal. Wie heißt unser komisches Dorf? Okay. Jo... Keine Ahnung. Also ich meine, ich kann mir die Weltkarte jetzt schon angucken. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Äh... Ah. Regiert von... Unsere Hauptstadt. Evendoilers sind wir. Sieh her. Sie mögen uns nicht. Oh... Und... Das erste Brot sollte gleich fertig sein. Oh... 7%. Hier Brot. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh... Jetzt sollten dann die ersten... Jetzt sollten dann unsere ersten Gebäude aufsteigen. Hm, hm, hm. Ah, hier sind schon die ersten Gebäude aufgestiegen. Okay. Okay. Eins, zwei. Hier. Perfekt. Jetzt müssen wir hier noch die Häuser mit der Straße verbinden. Und dann sollten wir auch schon die letzten Häuser bauen können. Okay. Ja, das erklärt's natürlich. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2 1, 2, 3, 4 Hier, unser Schwert Das müssen wir uns dann später noch holen Gut, und die letzten Häuserlein Nachdem wir diesen Baum hier entfernt haben Gut Und Dann brauchen wir hier noch eine Strahle Ich meine, theoretisch brauchen wir diese Strahle hier nicht Aber falls wir hier hinten irgendwas produzieren möchten Dann würde ich das doch Gleich vorbereitet haben So Gut Verschönern tun wir es jetzt dann gleich Ich meine, wir produzieren halt immer bei Weitem noch nicht genügend Nahrung Okay Wir können auf jeden Fall hier Mehr Bäckereien Äh, mehr Mühlen Bauen Lebensmittelindustrie Bauen wir noch Eine Mühle hier Und Was benötigen wir hier? Wir benötigen Jetzt erstmal Verschönerungen Steuer ist nicht gesammelt Ja, das ist mir schon klar Weil wenn wir hier auf dieser Seite einfach kein Steuersammelbüro haben Dann wird hier auch keiner Steuern sammeln So Dann brauchen wir noch einen Haus-Viererstand und eine Apotheke Gut Das war jetzt nicht da, wo ich das hin platzieren möchte Aber das ist das, was ich meine, ja Dass man das jetzt halt einfach mal ein bisschen Runterschalten könnte Also, dass man die Gebäude quasi flach macht Hm Okay Ohne Worte Irgendwie wusste ich doch, dass ich irgendwie was verpasst habe hier So Dann machen wir hier mal Alles ändern Wir möchten hier bitte Einmal Brot Medizin Und hier erstmal Gar nichts So Was wir dann noch benötigen Sind die Verschönerungen Die benötigen wir auf jeden Fall Oh Bierbrauen Okay, diese Woche kenne ich nicht Also es ist aber der beste Alkohol Ah, okay Also wir benötigen Getreide Deswegen brauchen wir doppelt so viel So Jetzt machen wir das hier erstmal fertig Bevor wir Irgendwas anderes Starten Das Denkmal ist zu groß Es ist schade, dass es nicht bunt ist Das wäre cool, wenn es bunt wäre Also dieses Blumenbeet Das macht alles schon beidaus schöner Ups Das hier war falsch Da kommt das Blumenbeet hin Ach, wer ist ein Idiot Genau Da passt irgendwas nicht Egal Gibt es halt für die keine Bäume mehr Aber die brauchen wir auch keine Unbedingt Ups Bleibt da stehen Dann bekommst du einfach die Bänke So Dann gucken wir mal Hier brauchen wir einmal Eine Bank Hier 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 Da und da Und hier und hier Dann brauchen wir noch ein paar Blümchen Ich meine So Blumen sind schon was Schönes Braucht man schon Hier und Hier Ach, da hat er da so ein Blumenkübel Ich denke das war es mehr oder weniger Ach ja hier drüben brauchen wir noch was Und zwar Bäumchen Also ich finde schon, dass die Bäume hier mitunter am effektivsten sind Was das Verschönern angeht Deswegen benutze ich sie auch So Tische bekommt hier keine Äh, Tische Ich meine Bänke Natürlich Wow Äh, eine etwas größere Stadt Würde ich mal sagen So Zwei Brauereien Okay Bilder Ach, wir sollen eine Gendarmerie, eine Polizei sollen wir bauen. Haben wir das? Wenig sind ja, glaube ich, das Wachmeisterhaus. Okay, guck mal her. Und zwar wegen den Bettlern. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Steuern nicht gesammelt. Ich kann nicht außer Acht lassen, dass wir weniger als mögliche Steuern sammeln, mein Herr. Wenn es nicht unsere Absicht gewesen wäre, dann bräuchten wir mehr Steuersammler. Äh, Moment. Ups. Ja, okay. Würde mich jetzt schon wundern. Naja. So, ich würde sagen, wir bereiten dann nochmal Alkohol. Wir brauchen Hopfen, Getreide, Holz und Wasser. Wir brauchen mal drei Stück von denen hier. Ach nein. Ja, dann brauchen wir noch einen extra Brunnen. Äh, wo war denn der Brunnen? Hm. Nein, nein. Ja. Gut. Brunnen haben wir. So. Was wir noch brauchen. Also, wir brauchen eine Dare für Hopfenfelder. Also, wir brauchen zwei Stück von denen. Einmal, zweimal. Okay. Das schaut doch schon mal gut aus. Hopfen. Was wir noch brauchen, sind Landwirtshäuser. Davon brauchen wir auch zwei Stück. Einmal, zweimal. Und. Äh, passt. Was brauchst du noch? Holz. Dann werden wir Holz einfach mal etwas erhöhen. Die Produktion. Wir brauchen Sergemüle auch noch. Also, wir brauchen nochmal gut mehr Holz. Ähm, Rohstoffsammlung. Hier, Holzfäller-Roche. Baumstamm weg mit dir. Gut. Also, das benötigen wir auf jeden Fall. Dann, dann ein weiteres Forstlager. Zur Sicherheit. Ja, passt. Und, was wir dann noch brauchen, ist hier. Eine Sägemüle. Bierbrauerei. Industrie. Nee, was haben wir denn? Ah ja, Sägemüle. Zweimal. Einmal hier mal. Und einmal da mal. Und. Zwei Zimmerer, würde ich sagen. Hm. Machen wir die Bäume hier mal weg. Nein, Industrie war's. Ja. Die Zimmerer. Man muss hier. Was haben wir denn hier? Okay. Machen wir hier Möbel noch mit dazu. Gut. Und. Hier machen wir auch Möbel. Gut. Und später Bier. Gib mir Bier. Gut. Dann hätten wir das auch dann geliebt. So. Ähm. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr neu seid, vergisst nicht, rechts unten gleich meinen Kanal zu abonnieren. Hilft mir natürlich sehr weiter, wenn ihr regelmäßig wieder vorbeischaut. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einem der nächsten Videos ein. Bis dahin. Mein Name ist Eracol. Ciao. Ciao.